Ja, grüß Gott, meine Lieben, ich bin da in meiner Lieblingspizzeria in Jesolo, im wunderschönen Bella Italia, präsentiere ich euch heute die Pizza Piatina. Das ist der Pizzakoch. Was ist Ihr Name? Ihr sprecht ein bisschen Deutsch? Italiano. Was ist Ihr Name? Angelo. Angelo macht die beste Pizzeria in Jesolo, in der Altruccio. Meine Lieblingspizza, Pizza Piatina. Bin ich schon gespannt, wie Ihr die macht. Ich esse die Pizza schon seit 20 Jahren hier in diesem tollen Lokal hier. Ja, schaut schon mal gut aus. Wird einmal ganz wichtig auch, wenn Sie Ihren Blick ins Feuer werft, da wird noch richtig mit Holzkohle die Pizza gemacht. Das ist ja das Wichtigste, weil das macht ja den geilsten Geschmack. Ich habe einmal den Pizzateig ausgerollt. Ja, wie gesagt, kochen mit Greasy Cheese. Heute am Donnerstag einmal lasse ich wieder einmal kochen, in der Pizzeria. Der Urlaub ist ja sowas von geil da. Kommt Käse drauf, dann kommt die... Was ist das? Das? Bufalo. Ah, Bufalo. Ah, deswegen ist die immer so geil. Also, zwei verschiedene Käse. Bufalo, Mozzarella. Ah, Gewürz. Oregano? Rosmarino. Rosmarino. Super. Ja, ich liebe auch Rosmarin. Ist ja eines der geilsten Gewürze im schönen Italien. Noch ein bisschen Käse drauf und dann ab ins Feuer. Und drinnen ist sie. Okay. How many minutes? Cinque? Two. 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 Three. Ah, drei Minuten. Jetzt ist sie perfekt. Und da kommt jetzt auch der geile Prosciutto drauf. Also schaut euch das einmal an. Wie das schön. Wenn der Prosciutto da drauf kommt. Von der Seite sieht man es besser, wenn man da schaut. Schaut das sowas von geil aus. Also ich sag's euch. Wow. Die wird ja dann zusammengeklappt. Deswegen heißt sie auch Pizza Piatina. Eine Seite wird belegt. Und jetzt auch. Gefaltet. Durchgeschnitten. Mal, ich freu mich schon so. Schaut das schon so geil aus. Also ich sag's euch. Beste Pizza in Bella Italia. Meine Pizza Piatina. Also schaut sich das an. So was von geil. Jetzt freu ich mich drauf. Mille Grazie. Also schaut das schon so was von geil aus. Dazu verwöhne ich mich mit dem Ferrari Perle 2016. Mein Lieblings Spumante. Die beste Spumante in Bella Italia. Bitteschön. Die Pizza Piatina. Die isst man ja wie ein Schinken Käsetoast. Da braucht man kein Besteck dazu. Absolut delicious. So was von geil, meine Lieben. Probiert es aus. Kommt ins wunderschöne Jesu lo Bella Italia. Und verwöhnt euch im Altorgio mit der herrlichen Pizza Piatina, meine Lieben. Viel Spaß beim Genießen.